Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Wien Fakten auf W24. Wir sind heute im Volksgarten. Über ein ausgeklügeltes Belüftungssystem wird das Burgtheater mit Frischluft und Rosenduft aus dem Volksgarten versorgt. Also hinter mir bei diesem Schwammöl wird die Frischluft eingesaugt, geht dann ins Burgtheater hinein. Ich stehe hier jetzt direkt unter dem Schwammerl und wir werden jetzt einfach dem Luftzug folgen und dort oben bei dem Engel am Dach kommt die verbrauchte Luft dann wieder heraus.